Oh shit, da funkt wer neben mir. Ah, ne Uhr hat's neben mir gehalten. Okay, wir sind ein Fahrzeug. Begegnung! Hinter uns! 75! Irgendwas! Wildesten Dank. Ganz frischer, polnischer Urz. Hat er keine Reifen? Wir sind in Cabanino. Cabanossi. Ne Cabanino. Ich jetzt auch gerne. Ne richtig geile Cabanossi. Ne Cabanino. Ach ja. Ja, da ist ähm... Wohneneintopf mit Cabanossi. Cabanino. Wir müssten westlich... Welche Straße ist jetzt mehr westlich? Die fahr erstmal über den Krieg. Und da kommen noch drei. Zwei. Eins nachdem. Ich fahr nur über die. 75! Mann! Der andere rennt einfach weiter. Genere. So. Das ist auch verletzt, man würde. Die Füße fahren da auch voll gleich. Was ist mit dir? Ja. Das ist mit dir. Mit mir ist nichts. Ich wollte eigentlich Neo heilen, aber gut, der läuft wieder weg. Achso. Ich hab... Sag doch was. Du bist bei mir gerade über der Wiese rumgeslidet. Das macht eine Internetverbindung. Ganz komisch. Ja. Also wir könnten jetzt die Straße Richtung Wübor nehmen und von Wübor nach Potoschka oder wir fahren halt querfeldein und dann wäre es Südwest. Aber querfeldein sind ziemlich viele Leute beim Gefängnis, die kommen auch wieder hier hin. Ja, was weiß ich sonst auch nicht. Ich kann aber auch gerne die Karte geben. Ich bin doch... Ja, fahr einfach die Straße lang. Ich bin doch neu. Moment. 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 Neu Profile. Steffi. Arme. 2293 Stunden und locker. Hm. Ich weiß ja gar nicht jetzt... Hä? Ich passe jetzt da an oder? Ich war gerade umgedreht. Wir fahren können jetzt wieder zurückfahren. So voll zurück. Westen ist da wo das W auf dem Kompass steht. Ja. Also da lang. Hier haben wir drückt richtig klar. Weil... Ihr wisst ja wofür das W steht. Weiter fahren in diese Richtung, dann kommt man nach Westen. Wofür steht das W? Extra nach Osten. Und das N steht für nicht hier lang, da geht es nach Norden. Nein, nein. Normalerweise ist Norden oben. Dafür steht das N. Oh shit. Oh shit. Ich bin ja beim Brötchen verloren. Ich bin ja beim Brötchen verloren. Werner hat überlebt. Ja. Ich weiß auch, ob der Rest wieder aufsteht. Gieht ganz gut aus. Der hat noch ein RPG im Rucksack dabei. ich habe zwei schuss dafür nur kein werfer der hat auch das war knapp was du hast hier irgendeine option ausgewählt und dann habe ich statt die leiche zu durchsuchen den tripod aufgebaut und der saß fast in der dritte könnte schlimmer sein könnte das menü sein das groß wie klein b ja cowboy bibob man wisse bei mir in die richtung fahren des osten bei mir in der falschen richtung westen Ich bin in der falschen Richtung, wer mich fragt. Am besten müsste er in einer anderen Richtung sein. Keine Gnade für Straßenschilder. Oh, ist auf die Karte. Ja, links. Nicht so links. Also vorne sind ganz viele Leute schnell weg. War zu frühlings? Frühlingszwiebel? Das war ungefähr ein halber Meter zu frühlings. Ach so. Fickstoff. Krisse. Das war ja geil. Er hat einen schon seinen eigenen erschossen. Ruck nicht. Ah, nicht so richtig. Ups. So. Wir können ja schon mal links gucken. Ja. Sie ist auf jeden Fall gerade. Aussteigen? Oder? Na. Ah. Ein Teil hat Steckenschule. Der hat nicht viel mitgekriegt. Ah. Gibt Stoff. Gibt Stoff. Ich kreuze. Hast du den? Ne. Ach das ist wahrscheinlich ein Wrack. Da ist so Rauch. Da ist so Rauch. Ähm. Das klingt nicht gut hier. Ach. Das sind nur Querschläger. Ich meinte das Panzergeräusch. Aber der Rauch ist wieder weg. Dann ist es doch was anderes. Die schießen auf uns. Ich verstehe es nicht. Ich glaube von hinten. Ja. Fahr mal zur Tankstelle dann. Die schießen auf mich. Dann parken wir da. Gucken wir uns ein bisschen um und gucken, ob wir den anderen helfen müssen. Dig auf der Straße bei der Bushaltesteller. Wie klingt das? Bei Skam ist bei Tankstellen immer ein Selbstmörder-Zombie, der sich in die Luft sprengt. Bei uns sind nur immer wir mit Knete, die sich in die Luft sprengen. Und Steffi, du wirst wahrscheinlich auch nen Pflaster brauchen. Der eine Typ hat uns nicht gut getan, den du überfahren hast. Er hat uns gehauen. Mauer in der. Zwischen dem Zaun, genau. Ich mach das. Ja, ich bin blind. Skraffi, wo bist du? Oh, der ist voll. Der ist voll. Ich bin von euch aus oben hinter der Kirche. Wir vergangen kein... No kill like overkill. Statt vier kleine Schüsse abgeben, lieber das große Ding rausholen. Kaboom. Lieber ordentlich. Da fährt ein LKW auch hin und rum. Ja. Hat er vielleicht ausgeladen? Nö, ich bin noch drin. Bist du in dem LKW über die Leute? Ja. Weil jemand rumgeschlagen. Das ist nett. Das war die Drohne. Links. 75. Soldat. Dieter, voraus. Voraus. 100 Schützer. Ich hab ne Karte, aber die Fragezeichen, die wir haben, sehen nicht nach... Kommt's nicht raus. Ah, der hat die Scheibe rausgeschossen. Nice. Der eine hat den anderen entlang. Ähm, die Fragezeichen sehen halt nicht wirklich nach... Kommt's nicht raus? Kommt's nicht raus. Das ist auch nicht raus. Kommt's ja auch nicht raus. Ja, das ist voll klar. Kommt's ja auch nicht raus. Da kommt gleich noch jemand hinter'n Haus dran. Flanken. Ach, das nervt. Jedes Mal von niemandem geweift. Jetzt ist die Waffe wieder auf Siege frei. Kuss. Sie schießen nach uns. Angere! Sie schießen nach uns! Oh, was? Ich hab doch gesagt, er hat eine Granate geworfen. Jaaaaa! Ja, aber ich bin mit mir doch weggerannt. Ich weiß es nicht. Und Neo war abgelenkt. Und bei mir ist gerade der Busch zusammengeklappt hinter mir. Dann schnell einsteigen und weiter. Und jetzt in der großen Stadt? Ah! Ja, hatte ich vorhin auch andauernd. Das ist immer da vorne möglich. Ja! Ja! Hammer! Verzeihung! Oh! Oh! Grenze! Vorgrund! 75! Ich bin mitten in der Stadt bei dem Leuchtturm. Das Haus mit Leuchtturm. Die Polizei-Station. Und die Ecke gefahren. Nee, das ist ein Leuchtturm. Und da steht nur Poliquia. Hm, was soll das bloß heißen? Vorgrund! 77! Mann! Bein Berührung! Bitt! Hext los! 75! Durch den Fall! Ich hab'selbe-Schütze! Hext los! 70! Schütze! Ja, war Intel mäßig wenig erfolgreich. Ja. Aber jetzt haben wir drei Fahrzeuge. Wohin jetzt? Jetzt sind die ganzen Fragezeichen im Norden aufgetaucht. Ich würde bei meinem Ursprungskurs bleiben. Wir sind nach Süden einfach weiter. Ich kann gut gleich zu eskalieren, Leute. Das ist ab, K. Ah. Würde sich auch in Eis. Ah, bist du schon hier. Halt, keine Ahnung. Ich bin weitergefahren. Wurde beschossen. Wurde erschossen. Wurde erschossen. Geh, ich schütze. Ich glaub, wer haben sie hier? Ich würde mir versuchen, mit einem RPG auf mich zu holzen. Das war uncool. Ach, du stellst dich auch immer an. Das ist ein kleiner RPG. Das ist ja auch Holz auf dem RPG. Das ist ja auch Holz auf dem RPG. Wir kommen zur drüben. Norden. 300. Wurde. Wurde. Oh, zu mir. Ja, ich bin nicht geschossen. Ich kann nicht umfahren. Verzeihung. Unter mir schon! er steht direkt am lkw der steckt fest am führerhaus an der fahrertür ist nur aufpassen wenn du um die ecke kommst du solltest dann halt auch schon feuer der dreht dann und schießt ein ganzes magazin auf direkt am lkw am fahrerhaus an der fahrertür greift in die fahrertür der versucht durch den lkw zu laufen ich repariere erstmal gegenseitig dass zumindest viel erfolgreicher steffi es liegt an dir naja mit deiner disco neos steht away unter deinem namen erstmal zweiter vorname immer immer geradeaus achtung hier kommen soldaten betonpfeiler nicht erschrecken die sind immer auf kollision aus ne und sind sie ausgewichen ui ja nicht mehr jetzt ich hab ein t 72 gerammt weißt du was wir jetzt gut gebrochen könnte ein klappstuhl ein eis das hatte ich gerade wo liegt scruffy vorne an der kreuzung oder weniger bei dem haus sagst du dich ich hasse dich oder ich sehe dich ja jana chips oder sehr kaputte gelenke nein nein ist er schon losgefahren ja wir wenden gerade auf der kreuzung westen ich meine w drücken dann fern wir nach westen ja w süd a ist für alle a ist für alle man nach westen nach osten und d ist da lang für nord das heißt dort ja genau dort dort auch fahrradfahrer der ist zivil 100mg jetzt verletzt da ist ein ganzer trupp fahrradfahrer hinterm fahrradfahrer da ist ein zaun und dahinter ein maschendraht so eine blöde scheibe kommt weiter sichtkontakt südurs 100 an dann schieb doch mal das fahrrad hat mich nicht mehr bewegt Gar nicht, ich muss Chips essen. Bitte? Scruffy? Das Fahrrad hat sich nicht mal bewegt. Ne. Ne, stimmt. Ein Zentimeter. Das war wie so Betonpfeiler oder so. Oh, der war voll. Ist da Wasser? Moment mal. Ah, was ist passiert? Da ist es plötzlich hell. Sondenaufgang! Wo ist mal der Sondenaufgang? Putz! Aber wie? Krass! Ja, Scruffy hat gesagt, wir waren im neuen Gebiet noch nie bei Tag, das er sich letzte Mal schon beschwert hat. Ah. Und deswegen sind wir da mal am Schluss. Das war eine halbe Stunde Tagsüber und dann bis jetzt... Ich glaube, die cheatet mal wieder. Na. Das konnte ich jetzt auch irgendwie mal sagen. Haben wir jetzt auch Gottmord an? Ne. Oh, das wird gefährlich. Die Brücke? Ja. Bremse für Versager! Ha, hat funktioniert. Was war früher hier auf der Kart? Wald. Niemanden erwischt. Sogarfie, wir haben übrigens jetzt den neuen Router bekommen. Ja. Ah. Wacker Ete. Na Gott, schon viele Gegner. Huiiii. Fliegen. Ja. Die können fliegen. Wir sind vorbeigefahren. Das war knapp. Ja. Wir sind vorbeigefahren. Das war knapp. Wir sind vorbeigefahren. Hinter sind noch zwei. Einer kommt drum. Rechts hier, ne? Feinbeschut. Geschenke. Muss nachladen. In der Treppe hängt auch noch einer. Feinfeuer. In seinem Haus ist auch noch einer. Ich schmeiße immer eine Granate hinter. Was ist denn dahinter? In der Treppe. In der Treppe sitzt. Das ist immer noch. Ich danke. Gut. Da kam er gerade. Ja. In der Treppe. Ist er nicht ausgekommen? Nee. So eine Waffe sieht man da immer wieder, wenn er sich dreht. Da spricht einer. Fassen, oder? Ich hab gar keine Ahnung. War der, dass der geschossen hat? 100 Mann. Vor uns. 100 Mann. Vor uns sind 100 Mann. Er brabbelt noch. Ja, ich bräuchte den Pflaster. Der Verschied ist noch geändert. Also würde ich sagen, fahren wir. Ich brauch auch eins. Ich geh mal hinters Haus. Danke. Der nächste. Von der Julesi. Ah, der hat es genauso geschossen. Ah, er hat es genauso geschossen. Ah. Ah, einer ist ausgeschrieben. Danke. 100 Feuer! Ah, der hat es nicht gemacht. Gar nicht. 100 Feuer! Bewegung dort drüben. 200 Schütze. 200. 200. Mal so viele. Danke. Danke. Luft? Ja. Pfeil. Ich bin wieder verletzt. Komm her. Ist der Typ noch im Haus? Oder habt ihr den? Immer noch im Haus, klar. Ja. Der sitzt immer noch im Fundament. Dann, äh... Fahrt mal weg. Ich hab nämlich gerade zwei... ...Rängladungen? ...Kniete gefunden. Kniete! Die lustige Kniete. Komm, Steffi. Geh doch noch zu unserem LKW. Kniete hätt ich dir aber auch geben können. Aber auch noch nicht. Kein Stück los! So. Hat funktioniert. Fast ein Kill mehr. Problem behoben. Dann haben wir jetzt... ...vier. Es kommt immer näher. Die schießen auf uns! Wir sind jetzt auf dem Feldweg. Wir sind jetzt in der Abzweifung vorbei. Warte. Du hast den Motor kaputt geschossen. Was? Hat der Zivi denn eigentlich gemacht? Reng! Wir sind noch. há einmal ein Zivi. Oh, ein Digitaluhr. Eine total tolle Erfindung. Ja. Habe ich die Flagge gut gesetzt. Es ist windschief. noch ja wir alle noch der pekato war sehr mobil dahinter ist sehr viel infanteries ich glaube hinter deinem hasco sie sind da ziemlich gut drin da zwischendurch zu laufen durch die ganzen ist sehr verschachtelt da aber ein zelt ist jetzt weg deswegen kann man glaube ich besser gucken kannste durchsteigen übrigens durch das bunker ding bin ich da reingekommen ich dachte das vielleicht übersteigen ja geil außerhalb nördlich von der komischen weitläufigen dingen vor dem von der baumreihe ja da schießen wir vom dach auf den ich jetzt gefühlt ein ganzes magazin verbattert habe und entweder ist ein hirn aus panzerstrahl und wirklich sehr dick und sehr schwer im turm die hand erschossen wieder durch die rücke äh oder ja gegner voraus voraus 5 und 7 irgendwas 1 Sekunde ich war für das liegt dann in dir rüber 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 bewirkt, dass er sich hingelegt hat. Das ist mir etwas sicherer gefallen. Ach, Mist. Jetzt guckt er wieder. Ja! Yay, du hast ihn! Es waren nur noch zwei weitere Treppen ins Gesicht. Ah, links! Der war einfach. Also, oben lebt aber noch einer auf dem großen Bunker. Nein. Ich schieße die Schütze. Ah, zwei! Sie schießen auf uns. Ja, die haben sich verdoppelt. Einer geht rein. Gut. Oh! Oh, schi... Wir werden beschossen! Ui! Unterbeschossen! Mein Detektor! Mein Detektor! Ich war gar nicht mal so weit weg. Weil das war eine Cluster. Ich hab keinen. War auch keiner beim Engie dabei. Ich glaub, ich skripte das Ding mal selbst. Also, das MG ist grad mit dem Rücken. Schnell! Ne, jetzt dreht er, jetzt dreht er wieder. Ich mein's einfach jetzt ist es. Ich mein's einfach jetzt ist es. Erstes Problem. Ups. Falsche Granate. Er ist tot. Neo, er ist tot. Wir werden beschossen! Was? Er ist tot. Das Kaffee hat eine Rack... ähm... Granate. Das wollte ich nicht. Falsche. Danke. Danke. So, ich werf mal... Ah, Granate in den Bunker! Er ist beschossen! Unterbeschoss! Au! Wieder zwei Panzer? Zwei Panzer. Danke. Bitte. Du hast nicht über mich lustig. Nein. Tief ist meine Stimme gar nicht. Okay. War nicht schlauer. Ihr habt jetzt ein T-55 und ein PT-76. Und ihr könnt, äh... Wer Spaß hat, kann ja einfach mal von hier aus jetzt gerade da... aus dem Eingang raus durch das Camp dahinter durch den Wald laufen, gucken wieviel Uxos er findet. Manns,